Ja, zuerst erfolgte eine offizielle Abnahme durch die Denkmalschutzbehörden, ob das Cliff durch die Abformung keinen Schaden erlitten hat. Die Abnahme ist erfolgreich verlaufen. Dann wurde, um das Cliff vor Humussäumen zu schützen, eine Folie über das Cliff gezogen und im Moment wird es gerade mit Sand vollkommen abgedeckt. Ja, so seit es gefunden worden ist, war es zum ersten Mal überhaupt in der Region hier am Heidelbecken-Obereingraben, dass die Küste freigeleckt worden ist. Das heißt, wir haben an der Stelle damals, das Geologische Landesamt und Denkmalpflege, etwas vorgefunden, das so eigentlich europaweit nicht bekannt war. Wir hatten damals eigentlich durch diese ganzen vorhandenen Sachen hier am Cliff, wie die Kolke, wie dieser kleine Hohenweg da reingehessen, wie irgendwelche anderen Strömungsmarken, die hier sichtbar sind, etwas gehabt, das sonst nur in der Bretagne heutzutage noch da ist, aber fossile überhaupt nicht bekannt waren. Also es gibt hier zwei Stellen, aber auch nur in Deutschland, wo noch weitere Cliffs auftreten, beispielsweise in Mitteleuropa. Das eine ist das Schwäbische Alb, aber weitaus schlechter erhalten. Und das andere ist nochmal in den Französischen Alpen, das sind auch solche Cliffs, aus dem Olympischen sogar. Aber hier zum ersten Mal etwas, das aussah, als hätte man live die Wellen vom Meer noch vor sich stehen. Aber wenn ich jetzt sehe, wie das verfüllt wird, wenn ich den Radlader sehe, wenn ich die Folie sehe, also es kommt sehr, sehr viel Wehmut auf. Und ich war ja am Anfang an mit Herzblut dabei und mir tut wirklich das Herzblut mir weh. Und wenn ich jetzt nah am Wasser gebaut hätte und ich denke, da werden mir schon die Tränen, die werden fließen.